Herzlich willkommen, hier ist wieder euer Flo und ich bin wieder bei mir im Wald. Ihr wisst ja von ein paar Videos wo ich eine Bank gebaut habe und ein Hockgang und alles mögliche. Das will ich jetzt ein bisschen winterfest machen bzw. auch ein bisschen ausbauen. Das heißt eine Deflektorwand bzw. Windschutz, für das Holz ein Unterstand, dass es nicht nass werden kann, noch eine Bank, eine neue Feuerstelle, vielleicht sogar so ein Kaminofen. Da muss ich schauen wie viel Steine ich von unten rauskriege und noch vieles mehr. Und ich würde sagen fangen wir einfach mal an. Nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. 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 Schaut doch ganz nett aus. Die Seitenwände habe ich mir jetzt gespart. Als ich gesehen habe, habe ich da jetzt einfach Tannenäste hergenommen und dazwischen hineingesteckt. Aber ihr könnt es natürlich auch Seiteano verkleiden. Das ist jetzt nur ein Beispiel, beziehungsweise Ismach. Hätte ich jetzt keine Verkleidung hergenommen, könnte man es bestimmt mit einem guten Knoten, der sich leicht lösen lässt und leicht wieder festmachen lässt. Das Dach flexibel machen, habe ich im Moment im Bauern gedacht. Aber da müsste man zu zweit sein, dass man das auf beiden Seiten gleichzeitig lösen könnte. Und das dann immer wieder runter oder rauf, je nachdem wie viel Holz man in seinem Lager hat. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu kurz ist hier vorne. Wie das da direkt so hin regnet. Aber das kann man ja austauschen. Das kein Problem ist das jetzt erstmal so. Und falls ihr etwas anders gebaut hättet, schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Oder wenn ihr noch Ideen habt, was ihr noch so hinstellen könnt. Ein paar Ideen habe ich selber. Vielleicht habt ihr irgendwas, wo ich da raus gekommen bin. Und ja, ich werde jetzt ein Projekt hoffentlich in nächster Zeit. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächstes Mal jetzt raus. Bleibt fit. Bleibt fit. Und danncast auch das Wort. Und dann geht's. Und dann geht's. Wir können mit dem Schnellflug. Wir können mit dem Schnellflug, west die Schnellflug im Kranke. Und dann geht's. Wir können mit dem Schnellflug. Bis zum nächsten Mal.